ja da war nur musikplatten und essen deswegen nur ist gut naja ich sterbe wo seid ihr so hoch ich bin hier unten wo die ganzen Viecher sind das ist gerade schon wieder gefällt gut zu wissen wenn ich mal einen von euch finden würde jetzt ist das schwer kam es ich schwöre die warum höre ich eigentlich immer auf euch wenn ihr sagt du schwer machen ich habe doch schon auf normal zurückgedreht ja schon vor einer halben Stunde Jahr auch wie sie war Naja die Maps sind halt nix für Noobs ja für dich naja du bist ja auch schon so viel weiter ich hab nur ich hab Research Gold gefunden ja damit haben wir noch fehlt uns doch ein Gold für nicht bezahlt nein nein das ist bloß du das heißt Research Gold Achso Scheiße ich hab gedacht die rennen dir hinterher die Viecher ja geil jetzt sind hier drei im Wasser hinter mir her ja fanden sich an wie Skelette manchmal ne ja das ist das jedes mal wieder so aufbaut hier alles okay ich hoffe ich komme jetzt mal ein bisschen weiter dadurch ja ja Mietze Katze was ist denn los Alter warum hörst du die so laut aber die sind so laut die sitzt am anderen die sitzt am anderen Ende vom Zimmer so ich hab das jetzt hier zugemacht ich hab jetzt die Schnatte voll die kommen ja jedes mal da ey hinter dir ah ok ich werde jetzt hier den Checkpoint drücken was ich ja viel interessanter finde oh 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 die Karte die wir anfangs bekommen haben zeigt mir immer noch an dass wir vier Leute hier sind ja mir auch ja auch Eurobein spielt mit Eurobein mein Gott hör auf jetzt hab ich noch mehr Angst he 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 ich bin da mal weg ach du kacke ich bin gleich wieder dort geht doch weg geht doch sterben lasst mich doch in Ruhe ach nein komm lieber nicht ne lass mal ah Akane ist juhu ich will auch sagen wir doch schon mal also hier ist ja der Wein her guck mal hier wo ich hier links von euch äh rechts von euch da haben wir angefangen Moment da kommt ein Böses da kommt ein Böses ja da wo ich grad war haben wir angefangen wir sind kein Bittel weitergekommen doch ich hab einen Raum gemacht ich hab einen Raum geklärt ja toll Vorratskeller ja ja aber da ist noch eine Kiste ich hab zwei Bücher noch für die Atmosphäre hm oh mein Gott hier sind Experimente ja die sind stark halt hier von den fern der Raum ist geklärt da musst du nicht mehr mit kämpfen ok hör zu pfff erstmal Leilani er ist kalt einsperren ja so wo geht's hier hin Weinkeller so ja geh mal mal einen Weinkeller hast du ne Schlüssel für den ja klar hab ich ja vorhin gesagt ich hab ne Schlüssel für den Weinkeller ach so gut ich hab ja nur gefragt komm mal aha toll grad beim Spawnpoint ey ich war grade beim Spawnpoint ja Mietekatze das ist sau leise wie die Maust und die sitzt am anderen Ende vom Zimmer aber ihr hört die beiden Sachen hab ich es geht gar nicht ey dass ihr das viel zu empfindlich das Mikro hm ist dann Spawnpoint boah da kommen noch mehr Arcanes hier helft dem Arcanes mal ich lese die Bücher ja toll Search Gold Journal by John da kommen noch ein paar äh ja äh Leila du bist gleich tot Jahr 1871 I finally arrived at Castle Ravenrock it's quite an astonishing Look towers that can almost reach the clouds and Dungeons more elaborate than the finest maze the baron was generous enough to grant me a room oh mein Gott ich bin tot ich bin tot ich bin tot ja genau das ich lese das hier kurz Also diese Viecher da, die wir gerade gesehen haben. Checkpoint. Das ist ein Tagebuch, ey. Ja. Nichts funktioniert. The flashy substance seems indestructible, not only due to substance that seem to continue growing. It also seems to affect trees and other vegetation around it. Thomas has also informed me that I was never to enter the lowest levels under any circumstances. However, I could swear I heard someone screaming from there yesterday. I didn't think much of it at the time, but now I definitely hear it. Also, irgendetwas hat der gehört da. I tried to follow the screaming. Also diese, der versucht jetzt zu erfahren, woher da kommt, dieses Geschrei. Last night to no evil. I was blocked by a locked door, leading to the dining hall from the servants' quarters. Thomas doesn't seem to found of me looking into these mysterious noises. I am only to worry about the task at hand. Kann mir jemand übersetzen? Äh, ich war gerade mit Kisten. Also der hat die ganze Zeit... Der soll sich nicht um die Geräusche kümmern und, äh, weiß nicht, er hat nicht wirklich darüber, dass er sich da einmischt. Also ihr wisst ja Bescheid, wir sind jetzt quasi, also dieser Typ, der dieses Tagebuch hier gefunden hat, ist jetzt quasi hier in diesem Schloss, in diesem Castle und durfte übernachten und hat jetzt irgendwo total die Geräusche gehört, die Geschreie gehört. Der sollte arbeiten, und zwar sollte er etwas untersuchen, und zwar diese fleischartige Substanz. Genau. Da hat er herausgefunden, dass nur Gold dagegen hilft. Das steht im anderen Buch. Okay, the barren enter at the lower level again. I wonder what that old fool is up to. Oh well, I was not hired to ask questions. It seems I'm getting closer solving this ground issue. However, the substance seems to react to gold. Quite intriguing. Also okay, der hat jetzt herausgefunden, wie gesagt, wie der Arcanus gerade gesagt hat, dass diese Substanz auf Gold reagiert. Tag 18. Okay. The barren has not returned from the lower levels Shadeboard valley. I must find a way to reduce the aggressive ground. Hopefully it won't end with more pecular results. Crude but simple. It seems a simple pickaxe can remove the unfriendly ground. A pickaxe with a small trick so to speak, a golden pickaxe should do the trick. Gold. Gold is a perfect chemical for eradicating that blasted ground. Ground. Oh mein Gott, ey. Kann irgendjemand das verstehen? Ich hoffe, mir irgendwann wird mal irgendwie jemand, der wirklich der englischen Sprache extrem mächtig ist, dieses als Player sehen, ey. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Gold resisted text by... Wer kommt da? Ja, Arcanus. Ich habe ja gesehen, ich brauche eine Goldpick extra für. Alles klar. Kann ich noch sparen. Vielen Dank. Ja, dann kommt die Runde zu mir, dann können wir nämlich hier mal den Tau machen. Ja, ich kann jetzt einfach mal den Arcanus. Ja, der hat da einen Schusssting. Ja, 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 ja. Folgen. Ja, 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 ja. Alles klar, Katz. Schöne Musik. Ich höre jetzt gerade gar keine Musik. Ich höre nicht. Ich höre schon. Ich höre schon. Lelani, du stehst da hin, wo du das Schalter warst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Juster. Lasse. Okay. Oh mein Gott, was sind das denn für Viecher hier? Äääh. Wow, aua. Da kann man runterfallen. Ja, das habe ich gesehen. Ach du Scheiße, wie sind das? Oh, hier kommt eine Spinne. Ah, da ist eine mutierte Spider. Oh mein Gott. Da oben sind aber gar nicht schön Fehler. Echt? Aua. Boah, Scheiße. Oh nein. Seid ihr jetzt auch wieder wie vorhin gespawnt? Nee, ich bin hier. Komm schnell zu mir dann. Komm dann schnell zu mir, ja. Ah, hier muss man springen. Ich bin wieder direkt am Anfang gespawnt. Aua. Wollen wir mal durchdurchsuchen. Ich geh jetzt da rein, Schürz. Oh mein Gott, ich hab zwei geile Schwerter gefunden. Cool. Wer will das Zweite? Ich muss die Viecher erstmal killen hier. Die sind da mit One-Hit. Das ist ein One-Hit-Schwert für die hier. Geil. Ich hab das eingeworfen, nimm's mit. Oh, ja, 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 ja. Dankeschön. Kein Ding, ich hab zwei noch. Oh mein Gott, Hilfe. Okay. Das hat zum Malte 5. Ich hab das One-Hit-Sport, ja. Oh mein Gott, weißt du, wo ich bin? Auch wieder am Anfang. Nein. Nein. Lebt jetzt noch einer von uns dort? Nee. Seid ihr beide gestorben? Ja. Oh. Oh. Na ja, gar nichts. Ja. Also, Smile 5 gegen Zombies halt. Es geht ganz gut ab. Ich hoffe, ich komm... Oh mein Gott, was für Geräusche, ey. Ich weiß, wie wir mal lang müssen erkannt, ist, du brauchst dir kein Game-Mod machen. Cheetah. Na, ich werd jetzt hier auch nochmal eben lang dran. Ich seh, oder? Falsch rum, falsch rum, falsch rum. Ja, da ist mein Spawn-Point. Der ist komplett am Arsch dabei. Okay. Wir müssen genau jubeln. Ja, ich weiß, dass ich hier gerade extrem verfolgt werde. Ich dreh mich mal um. So, One-Hit. Ja, das ist das Geile, ey. Das Schwer ist so cool. Aber es lägt hier voll bei mir. Ja, bei mir auch. Ich glaub, ein PC-Sendel wird überfordert, grad mit dem Server. Das kann sein. Oh, woher Seiten ihr jetzt? Wir sind da oben. Wir haben das einfach mal durchgemacht. Äh, oben? Ja. Ach, ich trottel. Okay, ähm. Ich kommen. Und du kommen, okay. Die springen ja nicht kommen. Da brauchen Gold in Gott gefunden. Ja, wir können ja die Gäste treffen. Hey. Oh, man, ich hab jetzt so ein geiles Schwert und die killen mich trotzdem noch, äh. Wir sind hoch. Andersrum. Wo? Du hast, hier fangen. Und macht daraus meine Gold-Pick-Ext. Ja, mach du das mal. Äh, ja. Leilani hat das Gold. Echt? Gebt mir das Gold. Gebt mir das Gold. Gebt mir das Gold. Gebt mir das Gold. Wo ist jetzt eine Werkfrage? Wie so Maya Gold. Ja, wir brauchen das Buch. Kannst du das vorlesen? Ja. Gebt mir das Gold. Gebt mir das Gold. Ja, aber was wollen wir? Müssen wir jetzt hier noch lernen? Zu zaubern oder was? Nein, das ist praktisch gesehen nur darum, es geht nur darum, was passiert hier mit denen. Wohin? Wieder runter. Wir brauchen auch, wie der mit der Pickaxe wiederkommt. Ja, ich brauch eine Werkbank. Ja, aber ich brauch keine Werkbank. Ja, wenn wir wieder hochkommen, brauchen wir eine Gold-Pick-Axe. Ja, und um eine Gold-Pick-Axe zu machen, brauch ich eine Werkbank. Ja, also musst du eine suchen und dann wieder herkommen. Ja, toll. Ich verlaufe mich doch wieder. Ich komm mit dir. Schaffst du schon. Ach, du bist das super. Ach, das war etwas Böses. Ach, das war etwas Böses. Die Nervenvolles, Power. Wo ist sie hin? Dann blöde Werkbank. Hallo, Monster. Und könnten hier nicht mal Werkbänke sein. Ist das eine Werkbank, oder? Nee, ich glaub, das ist keine Werkbank. Ich hab' vorne eine gesehen. Vorne? Ja, ziemlich weit vorne. Ja, ziemlich weit vorne.